Wir sind hier live beim Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, wo sich die Teams auf die heutige Trainingssession vorbereiten. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der echten Strecke reinstecken? Eine sehr gute Frage und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und kluge Leute, die sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind. Doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Hey, cool dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Und damit willkommen zum großen Preis von Kanada. Eigentlich dachte ich, hier wird jetzt noch angezeigt. Nein, klar, ihr habt ja das Intro schon gesehen, denke ich mal. Und wir haben ein neues Teil, das Chassis-Gewicht, die Motorhaube. Das Abgrundstufe 2, Chassis-Gewicht minus 5 Kilogramm und Designanpassung der Motorhaube führen zu einem Gewichtsurteil, ohne die Motorenleistung oder Kühlung zu beeinflussen. Und mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. 46 Punkte. Wir wissen noch, dass mir fehlten die ganze 4 Punkte. Wir gehen zum Training. Die Akklimatisierung steht natürlich wieder an. Und schauen wir doch mal. Kanada ist auf jeden Fall. Oh, nein, jetzt ist es gut zu schnell reingefahren. Ist auf jeden Fall eine der Strecken, die mir normalerweise sehr viel Spaß macht. Nach den letzten beiden Monaco und Spanien wird es auf jeden Fall jetzt wieder besser. Auch nicht. Jetzt bei der Akklimatisierung muss ich erstmal ein bisschen gucken, muss. So, sieht ganz okay aus bis hierhin. Okay, da ist es normalerweise immer sehr viel Zeit liegen. Oh, schade. Dann war ich wieder zu langsam vermutlich. Oh, nein, ich habe das ausgelassen. Schade. Oh, nein, ich würde es auf jeden Fall schon mal nicht optimal machen. Ach, ich habe die Person verpasst. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ja, wenn man den Abweiser mitnehmen kann, passiert das. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Ja. Okay, die bin ich zu weit außen eingefahren. Ah, das war gar nicht wieder zu langsam. Na gut, ich muss mich noch ein bisschen rantasten mit den Toren hier. In etwa 10 Minuten wird es leicht zu regnen anfangen. Ach, jetzt auch schon? Ah, ich habe euch gesehen, dass es auf jeden Fall im späteren Training nochmal regnen wird. Bei dem war ich mir jetzt gar nicht so sicher. Oh, das reicht leider für den Punkt nicht. Oder? Oh, das reicht nicht genau. Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Ah, ich habe mir gedacht, das würde gerade nicht reichen. Ich habe mir gedacht, ein paar Grüne hatte. Ah, man sieht schon, die Strecke liegt mir auf jeden Fall deutlich mehr als das Letzte, was ich gefahren bin. Das macht mir auch doch nicht mehr Spaß. Ah gut, da bin ich ein bisschen zu viel gedriftet. Da bin ich gut rausgekommen. Oh, das sieht ja schon deutlich besser aus. Das ist die Runde vor. Ah, nein, das habe ich das so nicht gemacht. Okay, ich dachte, das ist trotzdem nicht. Weil, meines Erachtens, habe ich das nicht vorgesehen. So, gute Runde. Ja, das ist alles abgeschlossen. Gute Arbeit. Gehre zur Garage zurück. Dann sehen wir uns die Daten an. Ja, schauen wir uns die Daten an. Und, ähm, das nächste ist das Reifenmanagement. Mal sehen, ob es auch zugebläuft. Ja, das Reifenmanagement versuche ich jetzt zwar noch, aber, wie man sieht, es hat angefangen zu regnen, wie ja die Prognose auch schon gezeigt hatte. Und jetzt wird das ein sehr interessantes Timingsproblem, weil, ähm, es ist schon der Stärke eben angekündigt für ungefähr zehn Minuten. Und jetzt ist wirklich die Frage, ob ich bis dahin durchkomme. Beim Schaffen wollen wir jetzt noch gar nicht mehr reden. Oh, oh. Weil, ich bin jetzt auch nicht gewohnt, das auf Reifen zu fahren. Aber bis hierhin habe ich eigentlich immer eher Vorteile auf Reifen als Nachteile. Und danach sieht es auch jetzt wieder aus. Und man sieht, wenn sich ja eine Spitzkehre da gerade eingesackt hat an Zeit, also das ist wirklich gar kein Problem. Okay, mit dem Tempo sind wir zufrieden. Und den Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. Also wie gesagt, das wird jetzt ein sehr knappes Ding. Ich muss da also im Prinzip jede Runde jetzt schaffen. Und dann die letzte Runde so quasi als Freischuss zu haben, falls das dann zu spät ist. Dann werden sehen, ob das hinhaut. Also von Wegen wird es sowieso sehr durchwachsen werden. Ich glaube, der Gerutsch... Ne, das Polyfying wird wohl verregelt wieder. Das Brennen sah aber trocken aus. Das muss man uns mal überraschen, wie das dann tatsächlich aussieht. Aber das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Weil dann habe ich bis dahin wieder gar keine Übung beim Trocknen. Wie war das ja ganz gut aus, ja. Also ich habe ja auch eigentlich das Weißmanagement schon relativ gut in der Kontrolle. Zeit ist kein Problem gerade. Wäre jetzt interessant gewesen, ob es ein Trocknen auch so gelaufen wäre, das weiß ich nicht. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Probleme gehabt, als es sein musste. Das sieht aber trotzdem ziemlich gut aus. Das sieht aber trotzdem ziemlich gut aus. So, dann haben wir uns schon drei Runden gleich abgeschlossen. Okay, das Tempo haben wir schon gut im Griff. Und in der letzten Runde haben die Reifen weniger abgekriegt, als wir erwarteten. So soll es ja auch sein. Ja, wenn wir die Runde jetzt schaffen, haben wir immerhin schon mal das auf normal abgeschlossen. Und was tatsächlich ohne größere Probleme. Okay, da habe ich vielleicht ein bisschen früher gebrannt. Jetzt habe ich die Runde vorher ein bisschen besser gemacht. So, also normal haben wir schon mal. Ja, jetzt brauchen wir noch 20 Punkte mehr. Ja, da war schon die Ankündigung. Also wir schauen, dass wir das trotzdem rechtzeitig gut hinkriegen. Also die Runde nach Möglichkeit noch optimal. Danach reicht noch fünf Punkte. Weil ich zu sehr rutschen sollte. Brems auch extra vorsichtig gerade. Ich habe das Gefühl auch in Monaco gehabt. Ich habe das Gefühl auch in Monaco gehabt. Ich habe das nicht so das Problem gewesen. Aber kein Gefühl, weil... Kein Gefühl für die Strecke an sich. Aber das hier, das Licht nur aus magisch. Keiner da fahrer ich ziemlich gerne eigentlich. Okay, mit dem Tempo sind wir zufrieden. Und den Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. Weil jetzt merkt man schon, dass ausbrechen wird stärker. Alles geht noch. Noch lässt das Auto beherrschen. Und tatsächlich ist eine erste... ...gute erste Kombination gefahren. Und dann schnell war ich dann bis hierhin noch nicht da. Okay, das ist gut. Das sieht sehr gut aus. Die Zeit sollte ich nicht mehr verlieren. Im Gegenteil, ich gewinne sogar noch deutlich. Das ist fast zwei Sekunden drüber. Nein, das ist über zwei Sekunden drüber. Das ist das, was ich brauchte. Die letzte Runde ist eingeläutet. Die fahr ich natürlich noch. Das ist auch nicht so viel Gas. Der hinter mir ist ganz schön aufträglich. Ich weiß nicht, wer es ist. Es ist ihm auch egal. Aber ich bin auch mit sehr guten Runden unterwegs. So viel zum Thema stark. Wir haben noch mehr zieh für etwa vier Runden. Na, kann von mir gewesen. Und wieder zwei Sekunden schneller. Das ist doch super. Ja, haben wir schon zwei Programmpunkte abgearbeitet. Und das am ersten Tag. Trotz Regen. Mal sehen, was das am Wochenende noch zu bringen. Und dann gönnen wir uns wieder den Blick auf die Ressourcenpunkte. Und ja, es hat sich diesmal wirklich gelohnt. Und Akklimatisierung und Reifenmanagement, beides perfekt abgeschlossen. Mehr Punkte konnte ich im Prinzip nicht mitnehmen. Und kleiner Funfact am Rande. Ich habe am Ende mal geguckt, die schnellste Zeit wurde von Männerracing gefahren mit Harrianto. Ja, das hier ist der X-Auto, habe ich euch schon mal erzählt. Dann gehen wir jetzt zum Training 2. Ja, und wir können uns wieder die Punkte, ähm, quatsch, den Blick auf die Punkte natürlich. Und ja, ich habe es diesmal nicht geschafft. Ich hatte also relativ großen Abstand beim Qualifying-Tempo. Ich habe es versucht. Und da war definitiv mehr drin. Mal sehen, ob ich es im dritten Training dann schaffe. Ja, ich versuche mal wieder das Qualifying-Tempo und man sieht schon, es regnet schon wieder im dritten Training. Ich habe im zweiten Training das ja nicht geschafft, im Trocknen, da habe ich einen ganz schönen Abstand noch. Und jetzt im dritten Training habe ich so ein paar Sachen auskoppiert, mit den Einstellungen. Und habe dann gesehen, dass es mal regnen wird. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann spare ich mir das. Das Qualifying-Tempo noch zu machen. Während, ähm, es trocken ist. Oh, verdammt. Und mache das dann halt jetzt im Regen. Denn eigentlich ist es ja im Regen ganz gut gelaufen, äh, beim Reifen-Management. Also warum nicht auch beim Qualifying-Tempo? Weil ich war den Vorsprung, den ich nachher hatte. Ich muss allerdings ein bisschen sauberer fahren, muss ich viele Fehler machen. Aber es sieht schon ganz passabel aus, dass ich auf jeden Fall erstmal an die angepeilte Zeit rankomme. Gute Runde, wir haben unsere primäre Zielzeit erreicht, das ist erfreulich. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Jetzt muss man noch dreizehntel schneller werden, aber die Fehler waren ja groß, also das ist auf jeden Fall drin. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das Auto reagiert nicht ganz so gut wie im Training gerade. Aber ich mache irgendwie überhaupt einen Fehler, den ich gerade nicht so ganz einleuchte. Auf jeden Fall lasse ich auf jeden Fall sehr viel Zeit liegen gerade. Okay, also die Runde wird auf jeden Fall nichts. Aber insgesamt war einfach zu schlecht. Versuchen wir es halt nochmal. Aber wir haben ja drei Versuche. Gut gemacht, diese Runde unterbietet unsere primäre Zielzeit. Ja, aber die wollten wir ja gar nicht. Also klar, die wollten wir auch unterbieten, aber... Natürlich jetzt sind die neu angepeilte. Und das ist auf jeden Fall drin. Wie ich es dann jetzt noch sauber zu Ende fahre. Ah, ich habe es zu lange rollen lassen. Das kostet sehr viel Zeit. Und mit der Schikaner habe ich ja eh so meine Probleme noch, die sauber zu fahren. Schnell zu fahren, vor allem. Okay. Ich bin im Positiven, also ich habe es noch geschafft. Ja, da sieht doch gut aus. Noch eine Minute. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Und wir haben genügend brauchbare Daten. Kehre bei der nächsten Gelegenheit in die Box zurück. Dann ziehen wir uns das mal an. Gut, dann haben wir alle Trainingsinhaltel, glaube ich, geschafft. Das wäre es doch schon mal. Und dann fürs Qualifizieren und fürs Rennen. Ja, der abschließende Blick auf die Ressourcenpunkte. Also es ist wirklich gut gelaufen. Ich habe, glaube ich, wirklich alle Ziele erreicht. Und fast mehr Punkte konnte man eigentlich nicht rausholen. Ich glaube, nur ein paar durchrunden. Das war es dann aber auch schon. Dann nehmen wir mal den übrigen Anruf an. Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Ja, ich soll mich mal wieder als 16. oder besser qualifizieren. Besser als mein Rivale Carlos Sainz. War das nicht schon vorbei? Und Grand Jean besiegen. War der festen Überzeugung. Ach, ich muss das direkt nochmal machen gegen Sainz. Ach, so Mist. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Gut, dann sehen wir uns aber zum Qualifying wieder. Bis dahin. Erstmal. Ciao.